Am 20.08.2023, 27.35 Uhr, wurde die Berufsfolger Bonn zu einem Garfgeruch vom Friedensplatz alarmiert. Die Erkundung ergab, dass der Geruch von einem gebrauchten Winsel in einer Mülltonne kommt. Im Einsatz waren der B-Dienst, das Hilfeverleitung durch Fahrzeug 1, der Gerätewagen-Messtechnik und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.